Also ich möchte was sehr Authentisches tun und das natürlich, man kann das nur tun indem man das lebt und dann hat man auch keine andere Wahl. Ja, also ich bin Andreas Jahn, mache schon seit 28 Jahren mit meiner Partnerin, Geschäftspartnerin und ehemals Frau, Michaela Jahn, diesen tollen Betrieb hier. Das besteht aus zwei Denkmalhäusern und eben diesem neuen Bauhaus, Hotel, genau. Jeder der Gäste empfängt, wird sich den Kopf machen, wie es zuhause aussieht, meistens. Und das heißt, er wird sich den Kopf machen, wenn seine Freunde zu Besuch kommen, wie er die empfängt, was dann passiert, was es zu essen geben soll, was zu trinken da sein muss, was trinkt die Oma oder was trinkt die Freundin oder was auch immer. Da wird man drauf Rücksicht nehmen und was anderes machen wir eigentlich nicht. Wir machen es nur in größer und professioneller Flucht. Ich bin ja Westfalen, aber ich würde heute immer sagen, ich bin aus Jena, aus Thüringen oder aus Salle-Unstruth-Gebiet, weil ich bin hier wirklich zuhause. Ich gehöre sicherlich zu den glücklichsten Menschen der Welt, weil ich jeden Morgen weiß, warum ich aufstehe. Und das ist wirklich zuhause. Ich bin ja Westfalen. Ich bin ja Westfalen. Ich bin ja Westfalen. Ich bin ja ich. Ich bin ja Westfalen.